Einen wunderschönen guten Abend, liebe Überlebenden und Dschungelabenteurer und willkommen zu einer neuen Runde hier bei den Geistern von Amazon hier in den Greenhell mit Ashburn und Natzen bei diesem Dörfchen hier. Hi Ashburn! Moin ihr Lieben, hi Natzen und bei diesem tollen Wetter, nicht zu vergessen. Ja, das sowieso. Entpisst wie Sau. Entpisst wie Sau. So, wir suchen jetzt einen Weg, wie wir da hinkommen. Ja, und es geht hier immer und immer weiter. Das geht hier verdammt tief runter. Ja, aber ich kann mich daran erinnern, dass es auch einen direkten Weg darunter gab und ich glaube, der ist hier gar nicht so falsch. Ja, ja. Da müssen wir einmal um Pusumuckel und dann wieder dahin. Ja, Pusumuckeln wir mal. Pusumuckeln wir mal. Augen auf und so, ne. Hier könnten immer noch Bingo's und was nicht all sein und vielleicht Legenden oder so. Genau, hier ist der Baumstamm. Da ist er. Ups, ah. Ah, ein Baumstamm. Den habe ich gesucht. Und schön, dass der auch hier vorhanden ist. Das hat schon was, ja. Das hier sind nämlich die Obermacker hier. Die Ober-Obermacker. Von den Obermackern. So schaut's. Ich sag ja, einmal um Pusumuckel. Eigentlich müssten wir hier nämlich auch nochmal irgendwo runter, aber da gehen wir jetzt eine Abkürzung. den natzen Weg. Ah. Was war das denn? Ich springe und er schreit. Ich wäre hier beim Baumstamm drüber springen, fast die Klippe runtergesprungen. Ach. Ja. Nichts passiert. Hast du dich verletzt? Nein, alles gut. Ausnahmsgeweise nicht. So, was war jetzt eigentlich nochmal der Grund dafür, dass wir hier gegangen sind? Weil wir neugierig sind. Ach so. Wir waren neugierig. Ja, okay. Das war der Grund. Das ist ein guter Grund. So, da ist auch schon jemand. Und ich glaub, der lässt uns hier nicht passieren. Der lässt uns hier bestimmt nicht passieren. Pass mal auf, ich hab Pfeil und Bogen. Oh, 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 oh. Verschwimmte Fremder. Oh, let's show. Nur die Ruhe, ich bin dein Freund. Kann das reden? Hey, ja, Chief Queenie. Ich möchte zuhause... Ach so, wie siehst du das? Dahibochan. Okay. Finde den Schlangenpass. Finde den Schlangenpass. Und ich wesse mit dir... Ich bin supposed to be here. Das ist diese Brücke mit den Schlangensymbolen und so. Das glaub ich auch, ja. Okay. Endlich ist es schon mal meiner Meinung. Was denn? Hat ja nur Jahre im Dschungel gebraucht. Das eben, was du gesagt hattest, das war halt eben nicht richtig. Na. Ich redete vom Schlangenfleisch. Du redest von irgendwelchen Symbolen. Ja, da hast du ja recht. Jetzt ist es aber richtig. Aber wir müssen jetzt noch nicht zu dem Pass, weil wir jetzt erst mal noch die Häuptlinge hier abklappern müssen noch zu Ende. Ja, ja. Wir müssen ja auch noch eine Aufgabe im alten Gebiet lösen, ne? Oh, ja. Also im zweiten Gebiet, ja. In der zweiten Map, genau. Quasi den Teil 2. Ich wette, wenn wir das jetzt machen, kommen wir da an. Der Regen hört auf. Bestimmt. Ja. Da bin ich auch von überzeugt. Ja. Aber irgendwann müssen wir, ne? Ja. Ich weiß. Irgendwann kommen wir da nicht mehr drumrum. Ist auch so scheiße, dass wir die genau gelöst haben, als gerade die Regenzeit vorbei war. Ja. Ah, guck mal, Nahrungsaktion. Ja, guck mal, warum findest du die im Ei? Tja. Ich guck da nie in die Bäume. Warte mal kurz. Ich schmeiß mal eben so ein paar Federn weg. Hm, ich hab auch wieder hunderte davon. Katze! Oh, 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 Katze, wo? Da. Äh, da, bei dir. Boing, flip. Diesmal hat sie dich erwischt. Nö, mir geht's gut. Ich bin gut gepolstert. Oh, das ist ja gut. So, ein Pfeil war da noch drin, der war von dir noch. Ja, genau, den suche ich. Ja, der ist da drin. Aber ich komm nicht dran. Da. Rucksack. Fleisch müssen wir leider hier lassen. Ah. Kann ich nicht tragen. Ich guck gerade, ob so einen Weg wieder gibt nach oben, im besseren, weißt du? Ja. Warum nehmen wir nicht einfach den Baumschrauben wieder? Äh, wir sind noch auf eine weitere Ebene runter, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie wir von hier hin zu mir wieder kommen. Ach so, ja, stimmt. Stimmt. Also, ja, ich wüsste schon. Wir sind ja den Latzen weggegangen. Ja. Ich wüsste schon, aber wie gesagt, ich hatte mir gehofft, einmal diesen Pusenmuckel ersparen zu können. Aber es sieht nicht so aus, als ob wir das könnten. Nee. Ach, wir können nicht viel, ne? Da hinten ist ein Baumschrauben. Aber das können wir richtig gut. Guck mal hier. Ja. Vielleicht hilft uns der ja weiter. Dann kommen wir mal. Ah, wir müssen natürlich auch treffen. Äh, ja. Das hilft. Okay, hier ist was. Aber, ich glaube, da tu... Ah, nein. Was ist das? Ich glaube, hier... Ah, hier ist ein Seil. Alles klar. Ein neuer Ort. Fetterstelle. Gott, wo sind wir denn jetzt hier? Nicht, dass wir jetzt wirklich auf die anderen... Ja, wir sind... Guck mal, wir sind genau am anderen Ende der Map. Weg hier wieder. Wieder hoch. Ja, hoch und mit uns. Ah ja. Oh ja. Also, den Arsch da hoch. Ja, dann müssen wir halt doch einmal um den Fuß und muckeln. Schade. Deine Lebensenergie ist ziemlich unten. Nö. Wird mir nicht angezeigt. Oh, was heißt ziemlich? Die ist ein bisschen runter. Ja, ein bisschen, aber... Passiert schon mal. Ja, ja, meine ist auch nicht viel besser. Gib mir noch ein bisschen Energy. So. Ja, mir geht es aber gut. Ich jammer nicht. Geistengesundheit sieht auch gut aus, also... Ah, das ist wichtig. Lassen wir das mal... Lassen wir die Kirche mal im Dorf, wa? Ich habe auch nochmal zwei Pilze gegessen. Ich bin nicht mal mehr dieses blöde Dorf. Nahrungswerte sind bei mir noch... Das ist schon so groß. Ja, das ist nicht gerade klein, das stimmt. Ich sehe es nicht mehr. Wo sind wir denn jetzt hier? Jetzt gucken wir erstmal. 33, 35. Ach, du liebes bisschen. Hm. Okay. Okay. Einfach nur nach Osten. Weiter. Die Richtung stimmt. Und dann vom Dorf aus nochmal dann einmal rum. Dann müssen wir die Stelle finden, wenn wir wieder da hochkommen, dann den Baumstamm und dann... So, ich glaube, hier ist das Dorf. Ah. Ah, ja. Der war sehr unfreundlich. Ja. Ich meine, die haben ihre Erfahrungen mit dem weißen Mann, ne? Ein bisschen. Ein bisschen. Warte, ich entegel mich mal eben. Warte, das sei denn jetzt mit dir. Hm? Ach, ne, hier war gar kein Seil. Hier müssen wir jetzt den Weg nach oben finden, ne? Ja, ja, komm, einfach warte, folge mir. Wenn ich den jetzt mit dem Pfeil abschieße, kommen wir dann da rein? Ich glaube nicht. Ich glaube auch, dann ist die Story zu Ende, weil wir nie wieder Vertrauen kriegen. Alles gelöscht. Alles, was wir bisher erreicht haben, ist dann weg. Du spielst dieses Spiel nicht mehr. Weiß gar nicht, wie das geht. Genau, du kannst ja nichts. Oh, warte. Oh, hier ist Wasser. Ja, guck, da kann man schwimmen, ne? Ach. Das Wasser auch, da kann man schwimmen. Das ist gut. Alle. Ich sammle noch ein paar Proteine ein. Proteine? Ja, da lag noch ein Ahrer rum. Achso. Ja, hör, hör, hör. Sagen Sie mal, wann sammelt man denn Proteine? Ja, in unzubereiteter Form quasi. So, hier ist der Baumstamm, das ist aber nicht unser Baumstamm. Also schon, aber nicht der von gerade. Den suchen wir jetzt. Der ist noch nicht abbezahlt, müsst ihr wissen. Deswegen gehört der Bank und nicht uns. Der Baumstamm. Der soll nicht abbezahlen? Wir zahlen hier in Kokosnüssen und in Paranüssen. Hier ist unsere. Ihr merkt, es ist spät, ne? Ich hab so viel Paranüssen, ich will gar keine mehr sammeln, ey. Ah, aber ich kenn das. Ich hatte bei mir, wo ich das damals gespielt habe im Survival-Modus, da hatte ich kistenweise voll davon. Wirklich kistenweise. Denn die findet man auch echt gut. Ja, vor allem, du hast immer drei Stück, die da kommen, ne, an so einem Baum. Ja, das wusste ich ja bis dato noch gar nicht. Achso. Ich hab immer eine genommen und dann hab ich gedacht, ja, ich hab die eine. Nee, du musst einmal rum herum gehen. Manchmal kullern die auch ein Stück weiter runter, je nachdem, wie der steht, ne, wenn er an so einer schrägen, an so was schrägen steht. Aber ansonsten sind die eigentlich immer schön verteilt um den, drei Stück. Ja. Das stimmt wohl. Ach, ja. Ja, das war ja ein kurzer Trip zu dem neuen Dorf. Ja, gut, aber jetzt wissen wir Bescheid, der mag uns nicht. Nee. Das war ja wie mit dem Jungen damals, ne, da waren wir ja auch nur ganz kurz. Ja, ja. Um festzustellen, okay, der hält noch nichts von uns. Nee, gar nicht. Aber ich glaube, dann können wir jetzt gleich mal die andere Seite von dieser Schlucht gleich entlang gehen, oder? Ja, gerne, weil wir müssen ja noch ein bisschen was finden, ne? Allerdings. Haben wir ja noch nicht so viel. Wir haben ja hier nichts im Dschungel. Oh Gott, wie sich das anhört. Äh, wir hatten ja schon einiges gefunden noch, bevor wir den Häuptling gefunden hatten. Und ich hatte echt gedacht, das wäre schon mehr gewesen, ne? Ja, ich eigentlich auch. Aber es waren auch mehr Legenden, als dass wir jemandem geholfen hätten, oder so. Ja, und hier die Totems, ne? Ja, aber die haben wir jetzt auch erst nach und nach in den letzten zwei Folgen gemacht, oder drei. Ja, ja, ist ja richtig. Mal. So. Jetzt sind wir wieder hier. Aber die Dörfer hatten wir alle kaputt gemacht schon. Ich glaube, hier bin ich eben abgestürzt, ne? Diese Haraldörfer. Leute, hier bin ich eben abgestürzt. Das ist eine gute Stelle. Aber jetzt sind wir schon wieder hier. Warum sind wir denn hier? Hier gibt es nichts mit dem Seil. Nein, nicht schon wieder. Oh Gott. Zu knapp. Ja, machst du was mit, mit der Frau, du? Ja, und jetzt hatte ich mich auf jeden Fall richtig verletzt, weil das war sehr tief. Ja. So, hi. Bist du denn da wieder gefallen, ohne dich zu verletzen? Ach so. So geht das. Auf natzenart, genau. So, hier geht's nochmal. Ja, das geht. Das sag ich ja. Jetzt habe ich mich verletzt. Warte mal. Kann ja nicht immer gut gehen. Nee. Wartest du, bis ich mich verbunden habe? Ja, ich gucke mich doch nur am Wasser um, ob ich hier irgendwo einen Fischer oder sowas sehe. Okay. Ich wollte schon nicht ohne dich los, keine Angst. Ja, das sagst du so. Gar kein Vertrauen zu mir, der Arme. Och, eigentlich schon. Ich versuche dich hier aufs Gewissenhafteste durch diesen Dschungel zu bringen, ja. Ja, bisher. Ja, habe ich so semi-überlebt. Ja, bisher. Und dann... Nee, doch nicht so. Ach, Gottchen. Was machst du denn, Lulu? Ich habe meine Nahrungsration gegessen. Die hatte fünf Proteine nur. Wow. Aber die gab mir 20 geistige Gesundheit. Die brauchte ich aber eigentlich nicht. Seht ihr, wie die Muskeln bei ihm wachsen? Bei so viel Protein. Wächst mir ein Bart. Wächst mir ein Bart. Guck mich mal an. Wächst mir ein Bart. Ups, das war zu weit. Nein, mir wächst kein Bart. Na toll. Nicht mal stoppeln. Alles für die Katz. Ja. Reicht es mir aber. Jetzt habe ich aber auch ein bisschen viel Federn hier. Warte mal. Ich habe 24. Immer noch. So, sechs Stück behalte ich. Aber hier liegen jetzt auch Unmengen von. Warte, ich schmeiße auch nochmal einen Stapel dabei. 18 reichen auch. Ich habe ja auch noch zehn Pfeile. Ach, hier ist nochmal einen. Guck mal, die nehmen wir alle mit. Ja. Oh, und wieder Federn. Ach shit, jetzt bin ich zu überladen. Ich schmeiße die Federn weg. Ja, die bringen es auch dann. Absolut. Also ich könnte das Fleisch noch schleppen. Ja, die haben jetzt gar nichts gebracht. Ja, gut, dann gebe ich dir das. Ja. Dann will ich meine Federn wieder. Ich habe eins gesagt. Jetzt kann ich aber nicht. Hast du nicht. So. Du hast gesagt, du könntest das Fleisch noch schleppen. Ja, in dem Glauben, du hast nur eins. Ja. So. Ach, hier schon wieder, warte. Hier geht es lang. Ja, wo wollen wir denn jetzt hin? Äh, ja, wir suchen Fischer, wir suchen Dörfer. Ich würde sagen, wir spuchen einfach mal hier überall durch die Gegend. Sowohl hier als auch nochmal da drüben, wo wir... Wo wir unsere Base haben, ne? Ja, zum Bleistift, genau. Weil ich glaube, hier haben wir noch so weit... Ja gut, hier könnte immer mal ein Fischer sein, ne? Es könnte immer überall ein Fischer noch spawnen, klar. Aber ich würde sagen, um der Eintönigkeit entgegenzuhalten, gehen wir mal wieder auf eine andere Map. Ja, das ist eine gute Sache. Ist ja eine gute Sache. Nee, diesmal vertue ich mich aber nicht, oder? Ja, was sag ich dir, wenn es soweit ist? Diesmal will ich nicht in die falsche Ecke laufen. Diesmal falle ich nicht drauf rein. Hm. Ich schau mal. Fische. Wir sind Fische. Aber kein Fischer. Wenn es Fische sind, ist es okay. Huch. Wachen werden blöd. Tote. Tote. Erschreckt mich doch nicht so. Ich habe mich auch erschreckt. Ich habe keine kleinen Stöcke. Huch. Alter, der will keine Knochen, doch der will auch Knochen. Ich habe noch welche. Ich nicht. Ich habe noch sechs Stück oder so. Ja gut, hier müssen vier rein. Ja, die habe ich auf jeden Fall noch. Redan habe ich noch. Redan habe ich auch, Masse. So. Dann sorgen wir mal für kleine Stöcke, wa? Ja, ich gucke schon. Ja, ich habe hier was gefällt. Ja, ich habe hier welche, was gefällt. Warte. Na gut. Dann sammle ich aus den normalen Stöcken und dann wird das schon. Ja. Ja, ja, ja. Und in Zeitlupe und Slowmotion komme ich mal hier an. Ja, der muss auch noch rein. Ja, du musst da nicht drauf gucken. Ach so. Kann ja mal rein tun. So. Yay. 25. Ich vertraue. Wenn die pfeifen mehr. Ja, aber da müssen wir ja tatsächlich mal hier auf alle Inseln gucken, wa? Ja. Wenn hier so einsam so ein blöder Toten rumsteht. Das stimmt. Das ist ja mal blöd, ne? Es ist dunkel. Scheiße. Ja, scheißdunkel. Ich habe nur Angst, dass wir irgendwo falsch jetzt hinschwimmen und dann wieder von imaginären Piranhas getötet werden. Ja, das irgendwie. Das kann hier passieren, ne? Ja, ja. Mal hier drüber. Wie gesagt, das ist mir da hinten am anderen Ende schon mal passiert, hier. Ja. In der Gegend. Wir werden das erleben, ne? Hoffentlich nicht. Also hier würde ich jetzt nicht weiter hinausschwimmen. Auch wenn es reizt. Warte mal, wo sind wir jetzt hier? Warte, ich guck mal eben nach, wo ich hier bin. 22,30. Wäre doch ein Stückchen vielleicht noch. Ja. Ne. Ich weiß nicht. Wieso liegen die Knochen? Egal, ich nehme sie mit. Wer weiß, wo sie sich mit sind. Sag was mal wagen, komm, wir wagen sie mal. Ja. Ich glaube, diese kleinen Inseln kann man noch anschwimmen, oder? Weiß ich nicht. Ich glaube, hier hinten bin ich noch nie gewesen. Ich könnte mir vorstellen, dass diese einzelnen Bäumenstämme hier was begrenzen. Ich bin hier noch nie gewesen. Und da hinten ist auch noch eine große Inseln. Können wir da nicht auch hinschwimmen? Ich würde es jetzt nicht versuchen. Mach mal. Sag mir, wie es ausgeht. Nein, nein, nein. Nein. Ja, ich mache mich aber vorher nackig. Nein, ich glaube, die ist nicht gut. Guck mal, so richtig nebelig. Das sieht richtig mystisch aus. Ich glaube eher, dass das wieder nicht richtig gerendet ist. Ach da. Ne, ist richtig geiler aufsteigender Nebel. Ja, das stimmt. Das sieht cool aus. So, mal hier gucken. Guck mal, hier könnte ein Fischer eigentlich sein. Ja, aber da ist ja keiner. Ne, da ist keiner, weil der jetzt nicht da ist. Ne. Warum nicht? Das ist der, den wir schon gemacht haben gerade. Guck hier. Ach so, ja. Ja, weißt du, ich bin gerade auf einer anderen Insel. Ach so. Ja, aber da waren wir auch schon. Ja. Das bringt dir nichts mehr. Ne. Ich sehe es gerade. Komm wieder zurück. Ich sehe es gerade. Wir gehen mal dahin, wo ich eben gesagt habe, zu der Höhle. Ah, hier war eine Legende, genau. Die Durchgangshöhle. Ja. Weil hier ist nichts mehr. Ich küm, ich küm. Er küt, er küt. Aber vom ganzen Geschwimmer, da verliert man aber auch ganz gut Energie, ey. Ja. Und der hat schon wieder Egel. Ey, guck dir mal diese geilen Wasserfälle da oben an. Das sieht echt cool aus, ja. Mega, ne? Ja, das ist doch cool. Das sieht mir noch nie vorher aufgefallen, wie cool. Ne, so nicht. Warte kurz, ich muss mich entegeln. Ja, mach mal. Ich will mal hier eben jetzt, mach zu anderen Inseln. Weil du mir wieder, während ich ins Wasser gegangen bin, gesagt hast, warte mal. Super. Die Egel, das Bein steht im Wasser. Ich kann die Egel nicht anfassen. Super. Das ist schon schick aus. Ja. Oh ja, ey. Je mehr man davon sieht, desto geiler sieht er aus. Das stimmt. Äh. Das mussten wir angucken. In meiner Aufnahme. Das sah gerade besser aus. Was denn? Jetzt sehe ich gar keine Wasserfälle mehr. Ne, ich auch nicht. Das sieht jetzt aus, als wären das so Eisberge wären, ne? So Gletscher. Ne. Ich sehe da nur so einen blauen Punkt. Echt? Bei mir sieht das, sieht das aus wie so Gletscher gerade. Oh, oh, oh. Ja. Warte. Geistige Gesundheit ist doch gut. Ja. Ja. Äh, warte mal kurz. 23, 30. So. Ja, Nordwesten. Also doch hier lang. Da bin ich hier doch gar nicht so verkehrt. Dann komm mal mit. Ja, ich bin weg da. Das sagst du immer. Ja, ja. Und dann weg. Ich bin schon weg. Was? Wieso bist du weg? Weil ich hier einen Fischer gesehen habe. Echt? Ja, aber gerade erst. Warum sagst du denn nichts? Wo ist der? Wo bist du? Ich bin jetzt auf 24, 31. Der macht Sachen hier. Lässt mich einfach schwimmen. Und ja, ich bin nochmal weg. Ja, du hast gesagt, hier ist nichts mehr. Und ich hab gesagt, ich hab mir gedacht, doch, da ist doch noch was. Nein, du hast gesagt. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Lass uns gehen. Ja, und dann hab ich gedacht, lass mal mal gucken. Die Inseln hatten wir noch nicht. Und 24, 31 sagst du? Ja, jetzt bin ich auf 24, 31. Genau. Ja, ja. Aber die Inseln hier hatten wir schon mal. Da muss hier wieder einer gespawnt sein. Weil hier waren wir auf jeden Fall schon. Ach, der braucht einen Bogen. Ich seh's schon. Ein Bambusbogen. Ah, hier hinten. Ich seh euch. Ja, den hatten wir auch schon mal gemacht, da den Fischer. Da ist ein neuer gespawnt. So, Feiler haben wir schon mal. Wo wir das allererste Mal hier auf dieser Map waren zusammen. Ja. Da haben wir da schon mal einen gemacht. Das kann sein, ja. Das ist wieder hier geschlechte Grafik gewesen. Jetzt siehst du, das sind keine Wasserfälle. Hier ist auch noch ein Feuer, aber wir haben kein Dach genug. Ja, weil wir keine Regenzeit in der Zeit hatten. Nee. Scheiße an, ich bin müde. Ich muss mir hier ein Bett machen. Oh je. Aber bei mir dauert es auch nicht mehr lange. Ich bin sofort wieder da. Das sagt er und kam nie wieder. Wollte ich gerade sagen, ne? Ich bin mal eben Kippen holen. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ich bin mal eben Zigaretten holen. Ach, hier sind wir. Ja, ich weiß nur, wo wir sind. Wir sind auf dieser großen Zwischeninsel. Ja, ja. Schade. Ich habe gedacht, wir kommen hier heute noch weg aus dieser Gegend. Aber das war wohl nichts. Ja, irgendwie nicht, ne? Ja, es gibt immer was. Wir wollten ja auch für eine andere Map. Ja. Hat ja gut geklappt. Wollten wieder zu uns mal nach Hause. Wollten wir mal. Ja, ja, ja. So, ich mach mal ein Dicker Schiff. Hat irgendwie nicht so geklappt. Nee. Ja, Dicker, du mach. Soll ich mal so ein Dach über das Feuer setzen? Das wäre wahrscheinlich sinnig. Macht so Sinn, ne? Äh, bauen sie ein Dach. Haben. Nein, du kriegst keine Rahmen. Oh je, ich kriege jetzt auch schon wieder langsam Lust auf Proteine. Oh. Ja, wir könnten das Feuer auch für Fleisch gebrauchen, genau. Ja, genau. Ich habe ein Abra-Fleisch aber nur dabei. Mehr habe ich nicht. Ich könnte so einen Fisch fangen. So. Zack. Habe ich jetzt einen erwischt? Ähm. Wenn ich jetzt echt einen erwischt habe. Boah, bin ich gut. Hab ich Fisch? Leute, bin ich gut oder bin ich gut? Ich habe voll den, ich habe vom Weiten, habe ich gezielt und getroffen. Wow. Aber ich kann ihn nicht nehmen, weil ich voll bin. Scheiße. Das ist blöd. Warst du denn, ein Fisch? Ja. Ja, den kann ich wahrscheinlich auch nicht nehmen. Warte, vielleicht kriege ich den. Warte, ich habe jetzt gerade Platz gemacht. So. Yeah. Ich habe vom Weiten gezielt und habe den tatsächlich getroffen, ey. Cool. Da muss ich auch schon mal selber auf die Schulter kloppen, ne? Ja, warte hier. Klopf, klopf, klopf. Klopf, klopf. Voll gut. Ich suche doch irgendwie einen Baum hier. Was willst du denn eigentlich alles? Du willst einen Bambusbogen und Wasser? Pass auf, dann gehe ich los und sorge mich um den Bogen. Ja, und ich suche hier weiter nach irgendeinem Baumstammzoll. Ja. Genau. Aber warte mal, bin ich jetzt hier überhaupt richtig? Ja, bin ich. Gut. So. Jetzt bin ich auch zu schwer, treu. Ach, ja. Äh. Scheiß, höchst du. Ach so. Ja. Krabbelt hier. Ach, tausendfüßler wieder? Ja. Naturellement. Naturellement, sagt er. Ich habe aber, äh, den diesmal gar nicht wahrgenommen, sonst höre ich dir mal, wenn er bei dir ist, bin ich schon so weit weg, dass es nicht geht. Der war nicht leise. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Einen Baumstamm da auch noch. Da wir hier nicht bauen wollen, kann ich auch die Wurzeln abbauen, ne? Ja. 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 Hau weg den Dreck. Habe ich. Aber ich müsste auch gleich mal pennen, ey. Hei, 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 hei. Du hörst ihn ja schon wieder spönen, ne? So, Bogen ist fertig, aber jetzt habe ich natürlich wieder keinen Platz. Was? Ja, das ging mir vorher auch so. So. Ja, ne? Der nennt mich auch Chica. Ja, siehste? Alter, hast du richtig hingeguckt? Hi, Chica. Und dann stöhnt der auch noch so lustvoll, ne? Ja, ja, ja. Ich habe gerade ein bisschen Angst. Ich komme ja schon wieder. Alles gut. Ich speichere mal hier kurz. Ich weiß nicht warum, aber ich bin gerade hier und mache es einfach. Ja, mach, mach, mach. So. Seichen. Eins. Drei. Nein! Ich habe keine Seine. Ich habe ganz viele. Ja, aber du bist nicht hier. Ich bin auf dem Weg. Also. Na gut. Ey, ist doch kein blöder Baum mit Seine, ey. Einfach Schwäne. Einfach Schwäne. Einfach Schwäne. Einfach Schwäne. Einfach Schwäne. Schwäne. Ja, Ameisenhaus. Ich weiß. Danke. Auch das noch. Ich sehe dich. Ja. Du hast Seine, sagst du, ne? Ja. Gut, ich habe jetzt keine Lust mehr zu suchen. Du kannst ja schon mal Blätter besorgen fürs Dach. Ja, wir müssen erst mal weit zurück. Nicht, dass der jetzt hier weg ist, ne? Ja, das wäre aber schade. Nein, das glaube ich nicht. Ne, der ist noch. Der ist noch da. Ja, hier bei dem Kumpel. Ja, ich bin von der anderen Seite. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Mach du mal hier Seine drin. Ich mach Seine kaputt. Hab ich. Ist drin. So, hier hast du deinen Bogen. Hell, wehleidig. Wasser will auch noch, ne? Ja, deswegen machen wir ja gerade das Dach. Ach, verdammt. Setz das mal eben. Ja, ich bin ja dabei. So, da ist es. Ja, Blätter gesammelt. Wir machen ja das Dach, damit wir Feuer machen können. Ja, ja. Du, ich habe vergessen, das Dach aufzuzeichnen. Und schon mal Blätter gesammelt. Wir brauchen auch noch mehr Blätter. Ah, hast du. Ja, aber wir brauchen noch mehr. Zwei Stück noch. Zwei lausige Blätter. Ja, so. Ne, das war nix. Für Geräusche hier. Ihr denkt, der neben mir ist doch einer. Sollt neben mir. Ja, ich hab doch jetzt. Schreibe mich doch nicht an. Mach doch auch nur meinen Job. Ich mach Feuer. Ja. Sag, wenn die dritte. Feuer eben eine. So ist da drin. Gut. So, wo war dein Bett noch? Direkt auch hier vorne. Hier, genau. Warte mal, gib mir mal vorher bevor du schlafen gehst, deine panzer dann schildkrötenpanzer da rein ja ich bin alles was schneller hier da sollte das fleisch auch hirn speisen ich will erst mal das trinken geben danke jetzt richtig in und schlafen halt die klappe er ist lustig auch gleich ich kann nur halb schlafen kannst du halb schlafen da hat er sein wasser fischigen schabbert ja ich habe auch diese errungenschaft bekommen wie es aussieht haben wir die fischer jetzt auch abgeschlossen oder auch scheiße was ausgemacht schon wieder das wasser ausgemacht ich habe den falschen slot erwischt ich wollte essen machen hatte ich noch alles ja ich mache ach so bin schon dabei ich habe einmal fleisch und ich habe einmal diesen fisch ich muss aber gleich auch noch mal ein nicker schön machen nam essen ja was 32 32 minuten ach so ja dann weiter deines amtes erspüren erwarten wir essen erst essen stört man nicht richtig richtig so die essen wir so fischsuppe gegessen ich weiß hast du noch mehr fleisch ja ja ich bin dabei hier zu verteilen ich habe hier noch eine dose die kann ich noch essen das war schon wieder fleisch wo wäre er war nur 15 prozent dann macht ja nichts aber hier liegt noch irgendwie fleisch aber fleisch wo aber jetzt ist ja ich würde sagen ich hoffe euch hat die runde gefallen wenn ja lasst uns doch eure daumen nach oben da wenn euch interessiert wie es auf unseren kanälen so weitergeht dann abonniert sie euch schaltet euch die glocke an damit er auch benachrichtigt werdet und alles mitbekommen lasst uns gern auch eure kommentare da würden wir uns sehr drüber freuen wir bedanken uns fürs zuschauen wünschen euch einen schönen abend bis dahin ciao